Hallo und herzlich willkommen beim MOOC Digitales Leben 2. Mein Name ist Fares Kajali, ich bin Professor für Digitalisierung im Bildungsbereich an der Universität Wien und ich freue mich, Sie mit kleinen Moderationen durch diesen MOOC begleiten zu dürfen. Es erwarten Sie insgesamt fünf Lektionen mit jeweils vier Lernvideos. Mit welcher Lektion Sie beginnen, das steht Ihnen gänzlich frei. Jede dieser Lektionen wird Sie in neue Richtungen führen und jeweils unterschiedliche Problemstellungen und Sichtweisen aufgreifen. Den Anfang macht Peter Reichel. Er wird eine Reihe an philosophischen Fragen aufwerfen und diese mit dem Thema des digitalen Wandels verknüpfen. Peter Purgathofer und Sabrina Burtscher werden danach kritisch fragen, was denn mit dem Begriff des Algorithmic Bias gemeint ist. Sie diskutieren miteinander, wie unterschiedlich sich Bias in verschiedenen Gebieten und Institutionen manifestiert und wie uns das letztlich alle in gewisser Weise betrifft. Ronald Mayer geht dann mit ihnen in wirtschaftliche Bereiche. Dabei zeigt er auf, wie Digitalisierung zu Transformationen in Wissen, Ökonomie und im Management führt. Danach widmet sich Susanne Reichel dem komplexen Thema des digitalen als auch analogen Lesens und sie entwickelt unterschiedlichste Perspektiven. Nebst einer Reihe an fundierten Studien gibt es für sie einen Vorschlag, wie sie selbst beim Lesen eine kritische Haltung einnehmen können. Am Ende erwartet sie Paul Clemens-Murschatz mit einem Blick auf die Medienlandschaft. Medien, Journalismus und Medienmanagement werden unter dem Aspekt der digitalen Transformation diskutiert. Sein Vorschlag ist ein positiver, aber auch kritischer Blick in die Zukunft. Und dieser MOOC hält noch einige weitere kleine Anreize für sie bereit. Wir haben eine grafische Darstellung vorbereitet, auf der sie eine Vielzahl an Wörtern und Begriffen sehen, die alle irgendwas mit Digitalisierung und somit auch mit diesem MOOC zu tun haben. Manche liegen dabei näher am Thema dran, manche ferner. Einige werden sie vielleicht besonders ansprechen und manche kennen sie auch bestimmt schon. Wenn sie möchten, können sie diese Karte zur Orientierung im MOOC heranziehen und als einen ersten Anreiz sehen, um hier auch ihre eigenen Interessen verfolgen zu können. Es wartet außerdem noch ein Forum auf sie und auch dort würde ich mich über ihre Teilnahme und Beiträge freuen. Ich wünsche ihnen jetzt viel Freude mit der Aufbereitung der Inhalte zum Thema digitales Leben. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Vortragenden, die in diesem MOOC gesprochen haben, ganz ganz herzlich bedanken und auch beim gesamten Team, das diesen MOOC überhaupt erst möglich gemacht hat.